und herzlich willkommen so eine marika 8 deluxe let's play mit der jana ja weil du immer verkackst stimmt gar nein weil alle anderen immer verkackten aber ich nicht ja okay das letzte 50 mit den neuen knopf reifen die wahrscheinlich totale bullshit sind wenn man es leckreifen müssen die ist ja auch neu jetzt steht es eine aber nicht da war es schon von autos gut das nehme ich immer ja wo ist das ist das blau bei dir und jetzt gehst du hast du denn zwar ich nicht doch jetzt suchst du slick reifen slick da ich hab's gesehen jetzt hast du gute reifen das hässliche ding was du auch hast okay das hässliche ding das von meinem charakter ist ja voll riesig gut mal kurz okay alles passt okay ja okay okay jetzt gibt es wieder die sieben die du nicht kennst ich kenne gar keine mit habe ich dort geklärt aber ich jetzt sagt dass du dir sie ist nicht die sie selbst nicht kannst du passt die sieht aber ganz schön aus oder nicht die regenbogen scheiße wie regenbogen scheiße hast du wieder danach gesagt wiener regenbogen scheiße wiener ja genau was auch sonst natürlich erste kriegt drei bananen und zweiter kriegte münze jetzt zu nichts als hätte ich noch nie eine münze bekommen hat es gerade im spiel gedonnert oder ich weiß nicht nichts gehört vielleicht war es ja doch hörst du es nicht hier wie ach du bist du ich sehe nur regen ich sehe nur regen ich kann nicht hören ich bin gehörlos vielleicht ist es wenn ich kann nicht hören ich bin blind richtig endlich hat sie mal auf den auf den punkt den ich zählen kann genau ja alles klar ja ja ich habe schon wieder so viele münzen obwohl ich die nicht mal absichtlich gesammelt habe wow zumindest kann ich mich nicht daran erinnern dass ich sie alles nicht gesammelt habe ich sollte ja ich rede mir so leise ich rede gar nicht leise doch die merkt es gar nicht nur weil du rumschreit das kommt mir richtig dumm vor wenn ich so red wie ja so dass man dich versteht nein wenn du leise reden würdest würde man nicht auch verstehen löge natürlich dann würde man uns beide nicht verstehen ja und weil wenn man leise redelt dann nuschelt man auch mehr ist ja dann spannender ach so ja hallo hallo und hallo und herzlich willkommen zu allen pflanzen gegen service zombies let's play was war mein erstes let's play glaube ich auch umgenuschelt wie du ich nur stellen nein nein was ja alles untergeworfen was laberst du echt schon wieder runtergeworfen untergeworfen 17 bananenschale apfel reifen turbo boost banane uppercut und ja was das ist jetzt das das neue commentary banane der hat pilze verloren aber ich konnte nicht einsammeln weil ich zu nah dran war und ich will nicht mehr dritte sein was soll das ich konnte die pilze nicht einsammeln weil ich zu nah dran war ja ich war schon ich konnte da nicht mehr nach rechts lenken da war ich schon weiter aus aber man kann ja auch vom gas runter gehen dann geht ja ja aber du kannst auch die b-taste drücken dann wirst du langsamer weil du dann bremst man kann bremsen ja das hat mir aber noch nie jemand gesagt ja weil es normalerweise nutzlos ist ja schon 200 cc haben vielleicht nicht ganz so nutzlos aber wir sind alle dass die partie straße du stinker dies über cool sagst du das stimmt nicht mehr wenn du die gespielt hast doch okay ja aber der tipp regt mich aufgelegt was er hat gehubt du hast du hast du extra headset auf der ja und es ist hat was ist ich wie viel lautstärke dings muss das ist auch lauter stellte dann würdest deshalb redest du so leise nein ich bin einfach nicht auf minus 12.000 dezibel eingestellt das ist ja unter blut geklaut und dann ist sozusagen deines und dann ja weil sowieso von anfang an eigentlich so gesehen meint nein aber du verwendest es ja nicht ich freue mich das wissen scheiße wie willst du sind verbänden jetzt im zimmer ist das immer wenn du schlecht ach so ja na ja du bist so doof dazu du hast du nicht keine ninja kräfte klar ach so ja guck mal wie wenig über mich weiß ja ich weiß nur dass du immer staub trug oder das ist ja das sind aber nicht viele infos die du hast mehr infos als mensch braucht also wenn du die info über jemanden hätte jemand hättest dann wüsstest du sofort dass du mit dem nichts zu tun habe und hast du was mit mir zu tun eigentlich wenn ich so fragen darf familiärische gründe ich weiß auch nicht das ist ganz schön zu wissen ja du könntest eine verbrecherin ultra verbrecherin sein und ich könnte nichts dagegen machen dass meine schwächste besorgen ja und damit wahrscheinlich zu tun denkst du denke ich weiß nicht weil ich so schlau bin weil ich so schlau bin ja du klingst aber nicht sehr sicher du schäfst immer so sehr schlaue menschen nuscheln halt schlampe und grüner panzer verfolgt nicht gern so ein scheiß er hat sich voll geboxt echt volle habe ich gar nicht gesehen danke dass du sie gesagt hast was will ich nur ohne dich tun scheinlich ist ein dreckfreschender höhen mensch warum kommt die ganze was macht die ganze die blitze kacke ja direkt richtig auf finde ich aber auch ja da hat er von mir war eine sekunde länger ich hatte nämlich sogar ein item mit dem ich glaub an zu weg machen kann aber jetzt kriegst du einen panzer von mir aber kurze frage ich habe vergessen ja genau wenn der blitz kommt sind die menschen die vorne sind sind die länger klein als die menschen die hinten sind das finde ich jetzt ganz schön rassistisch war es ja ja ich habe jetzt wirklich nur noch drei münzen von einer war wegen mir kein ding und direkt danach kriege ich noch mal ein item mit dem ich eigentlich was gegen blauer panzer machen kann aber es bringt gleich immer muss man sich beschweren ja weil du halt ja ja und du denkst doch ach so und wenn ich stinkt bekommen die mehr items die mit dem und ich fertig mache es gerade mal warum ich immer so mit so viel blauen panzer erwischt wird wenn ich mit dir zusammenspiel weil die von mir weg wollen weil ich so stinkt richtig ach doch mal nach ja habe ich doch habe es doch gerade erklärt ich habe eine münze du hast sogar vier münzen ja nein ich meine ich habe eine bekommen auch so eine käste aus der ich habe gar nicht am anfang gesehen wie die map ausschließen abkürzungen verlängerung alles ist scheiße da wird keine ahnung für mich ist eine abkürzung ich mag die ich mag dich auch nicht ja ich dich auch nicht ja guck aber warum sagen das ist sowieso klar ja ich wollte nur sagen dass du vielleicht sagen mich magst du dich sachen auch nicht mögen ich weiß dass die map mich nicht mag musst du wenig extra sagen kein ding mario kart die dinger die gibt es bei sunshine ja ja die delphino plaza fuzzis ja die palmer ist auch wie cool dass das video schieß das video schoß ja schon die mehrzahl von joshi joshu ist ja dann wäre es war komisch aber eigentlich ist die mehrzahl von spaghetti die einzeln von spaghetti auch spaghetto also wenn es dann das gegenstück dazu konntiert gründlich wir sind das solltest du deutschen unterricht hinschreiben auf meinen aufsatz ja und bei denen es um politik geht schreibe ich meine spaghetto ist hinterher schreibst du dahin die einzeln von spaghetti ist spaghetto ich dann 15 punkte ja cool die sollen auch für mich mein geld zu glauben wer klaut nieder geld die blauen panzer ja das ist die einzelne panzer und so von so und so und wir haben gar kein geld da wollen wir mein geld nein eigentlich hab's ja schon viel geld die wollen trotzdem das geld von dir von dir ja von allen ja weil ich vorne bin ja das geld von den leuten die vorne sind aber richtige bonzos die glauben auch das geld von den armen okay es gibt es hier nur richtige ja es sind alles möchte gern bonzos weil die richtigen bonzos wird nicht auto fahren die fahre kein auto ja die fahren die fahren flügel ganz schön krank stimmt verdammt noch ein bonzo ja also doppel bonzo von roter dabei hat sie doch in der rote schacken der rote schacken richtiger bunds ja das ist auch nicht von bonzo ja eben die kombonente halt eiswahl du hast doppelknecht der panzer der sie alle knächtet und der panzer genächtet sie auch noch keine ahnung ok 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 ich hab keine ahnung von herr der ringe oder umbau ja habe ich auch nicht und ja richtig also wenn du keine ahnung hast einfach mal lauter reden einfach mal reden das krieg ich nicht hin ich weiß die web sieht cool aus aber du wirst sie hassen ja nein wir spielen 50 sind sehr obwohl das ist bei dir egal es ist etwas schneller ist ja eigentlich lieb alle maps und ich glaube ich mache doch nicht kann man überhaupt explodieren ja kann man komisch dort ist ein perfekten start und ich hatte ein schimmel start und jetzt bist du weiter vorne aber auf den komischen feldern da ist die ein grad zu komisch leuchten lassen da kriegt man münzen aber jetzt habe ich meine banane vorweg geworfen ich habe auch dumm da hat der roter panzer direkt zwischendurch geschossen ich habe bananen es war der mega als meine roter panzer weiß ich nicht ich auch nicht passt eigentlich gut zu dir weil du jetzt mal eine bombe frisst nein das verdammt da ist ja auch mit der euro geht es fast beide in die richtige richtung wasser fließt hat nach unten echt ich dachte immer nach oben dagegen den strom war einfach im zickzack zu machen die die mpc ist es auch das muss das riecht verdammt ist ja schlecht das spiel mag ich gar nicht dazu fahre ich dann auch noch ein scheiß teufelsmischung normalerweise gegen die schlechten leute über die guten sachen dabei hier ist gerade irgendwie der schlechte liegt auch die schlechte immer nur beschweren das kannst ja das ist mein fachgebiet einfach ich habe zwei rote panzer hat dich falls du mich irgendwann mal überholen willst du monster habe ich nicht weiß dann mache ich den jetzt den jana move ich wollte ich doch nicht mal die asoziale ich habe so gemacht weil ich weiß dass du nicht überholt wirst ja 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 das kannst du gar nicht wissen vielleicht war der unsichtbar so fertig fertig ja okay das stück da ist ich weiß es ist auch recht unbequem ja ja es ist ja gleich vorbei ich denke weil du hast keinen bock auf 150 sitze ich glaube ich werde umgebracht weil ich das mache ja weil du sagst doch ich will spielen und dann gehst du auf einmal weg und dann wir nehmen irgendwann mal in den nächsten fünf jahren auch vielleicht voll gut fünf jahres fünf jahres nicht viel ich könnte auch zehn jahre sagen ja du sagst ja vielleicht deswegen weil dann tust du es wieder und keine ahnung wie vier jahre nach hinten verschieben ja ja ist doch gut ist doch gut auch dass sie kein spaß ist doch gut es sind übrigens die credits also ich weiß in dem moment zeige ich normalerweise wie toll oder schlechtes spiel ist aber das ist mario kart wir sehen die ganze zeit die credits wenn man das macht wenn man den cup macht sieht man eh immer die credits was hat das jetzt damit zu tun ob du darüber laufst du das spiel gut oder schlecht findet weil das eh noch mal passieren wird was noch mal passiert ach so jetzt hat level nach jedem ok ich habe verstanden ich habe auch gesagt dass du kamera raus das war jetzt eigentlich ein geheimnis soll ich es rausschneiden ja wenn ich etwas raus schneide dann fragen sich die leute was ich jetzt wirklich gesagt habe tja 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 ich schreibe es aber nicht raus echt ja ich wusste dass du zu faul dafür bist ne ich schreibe der letzte zerdäfter oh nach fünf jahren schon brauchst drei stunden um zwei sekunden rauszuschneiden doch doch ne ich weiß gar nicht was laura haben und scheiden geht voll schnell ich weiß wenn man jetzt irgendwie so so wirklich so jump cut scheiße macht wie nach jedem satz dann braucht es wahrscheinlich eine weile aber sonst geht es eigentlich ziemlich schnell ja ich bin sowieso nicht schwer das einzige problem ist immer dass man meistens vergisst wo man schneiden wollte tja dann musst du dir ein gedächtnis kaufen mhm das ist zu teuer zu teuer kannst dir nicht leisten und die beim aldi verkaufen immer so scheiß gedächtnisse ah das hast du gerade ne ja kein wunder tja ich habe meins von natur aus weil ich so cool bin ich habe mein scheiß gedächtnis von natur aus ne mein gutes ach so oh ja hab ich die map schon mal gespielt die hab ich ja noch nie gespielt nur 50 mal bei mir bleibt nur das wichtige drin wer bin ich wie alt bin ich nochmal ja ja das brauchst du gar nicht sagen was ich weiß wie alt ich bin ja ja meistens guck ich mach das wie du vielleicht was vielleicht ja nehmen wir heute auf vielleicht vielleicht aber schon die aner wann nehmen wir denn dann morgen auf weil du heute ja nicht kannst morgen vielleicht ja abends macht es schwarz mit sich selber zu reden nein nein nicht doch schon ich bin letzt player ja was glaubst du was ich die meiste zeit mache nicht mit mir selber reden ich rede mit den leuten in der zukunft ja ja was machst du ich rede mit denen aus der vergangenheit vielleicht ja ha 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 äh ich hab selber nie Zeit aber mach sonst hätte jemand anderes nie Zeit ich hab immer Zeit nein ich hab das und das auch gemacht hä ich muss mal Santa aufnehmen hä ich geh um 8 zu schlafen weil ich eigentlich 12 bin um 8 alles klar ja ja wir nehmen zwar gerade um 19 Uhr auf aber egal ja das ist ja deins hier ne so du um 8 schlafen geh oh 8 wir haben bestimmt gleich 8 du musst dich langsam das Bett fertig machen gell oh die Niana ist ganz schön schimmlig ich bin schimmlig? ja scheiße wie mach ich das jetzt weg? muss ich mich in den Mülleimer werfen? ja oh ok aber ja wie schnell die Fahrt ist ein aller besser als du nein waaaaaaaaaaaaaaaaaa sgerrrr rrrr 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 rrrrrr 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 rrrrrrrrrr rrrr rrrrrr Guck mal, jetzt gab es da nur hässliche Regenbogendinger. Ich verstehe es nicht. Mario Kart 8 Deluxe. So ein Scheiß. Scheiß Spiel. Nicht kaufen. Gibt es nicht mehr eine normale Regenbogen-Map, die einigermaßen schön aussieht. Wir haben die schon gespielt, du Pflaume. Die Schöne? Ja. Nee, kann nicht sein. Wenn ich das nicht weiß, dann kann das nicht sein. So, es gibt eine neue... Well, aus! Was? A drücken. Ich? Was, wenn ich das nicht mache? Dann können wir nicht das neue Teil anschauen. Oh, trage mich. Oh mein Gott, das ist ein... Cross-Bike. Was? Das ist noch nicht mal gut. I? Drück mal A, A, A. A, A, A. Ja. So, ich zeige dir kurz die schöne Map, die du gespielt hast, aber vergessen. Wo ist sie? Ich habe die nicht gespielt. Regenbogen-Boulevard, da. Das ist ja auch hässlich. Das ist ja auch hässlich. Das ist ja auch hässlich. Ja. Das ist ja hässlich. Oh, gib mal eins nach links. Eins nach links. Eins nach oben. Was soll denn das sein? Was? Ach, das ist ein Fahrrad, ein Bike, ein Motorrad, irgendwie so. Das ist ein Fahrrad. Excite-Bike-Stadion. Ist das ein Fahrrad? Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, oder? Bla, 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 oder? Also mein Argument ist eh Bullshit, weil Bike kann ja auch. Egal. Ja, deswegen habe ich mich ja gewundert. Das dachte ich am Anfang nämlich auch. Ja, du hast es ganz sicher nicht gelesen. Jetzt tue ich es. Ja, natürlich. Deswegen habe ich Fahrrad gesagt. Ey, sag mal Motorrad. Sonst hätte ich nicht mal... Davor dachte ich, das wäre ein Huhn oder so. Ein Huhn? Hätte ich das nicht gelesen, hätte ich niemals auf Dinge geschaut. Was ist das? Das ist eine Giraffe, oder? Hä? Ne, das Schneelefant. Ne, ich meine das linke. Ach so, das linke. Boah, das ist schwer zu sagen. Aber ich glaube mal Eichhörnchen. Aber ich dachte, Knochendrucken ist das Eichhörnchen. Ja, auch. Was ist das? Siehst du nicht die Ähnlichheit? Oh, das ist schon wer. Ach so, das dritte. Ne, der Frisch. Nicht die Kuh. Ne, Kuh wäre zu cool. Voll die doofen Kuh. Mit der nehme ich nicht mehr auf. Awww. Also wirklich nicht mehr. Ha! Ha! Weil du so doof bist! Egal. So, hast du noch was zu sagen? Ne. Ach so, doch. Man muss natürlich abonnieren und Daumen hoch. Nein, Daumen hoch ist scheißegal. Nein. Nein, das sieht schöner aus. Okay. Egal. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ohne dir, Niana. Weil die macht 150 CTM nicht mit, weil sie zu doof ist dazu. Stimmt gar nicht. Ich würde alle fertig machen, aber der will nicht fertig gemacht werden. Ach so, okay. Ciao! Ciao!